Claudia Roth möchte die Inschrift auf der Kuppel des wiedererrichteten Stadtschlosses verdecken, weil das Bibelzitat dieser Inschrift sich stört und wir und 19.735 Unterstützer sind gegen diesen Vorstoß. Wir sind hier, um diese Unterschrift zu präsentieren und Claudia Roth und Bundeskanzler Olaf Scholz aufzufordern, dass die Bundesregierung von diesen Plänen von Frau Roth Abstand nehmen soll. Stoppt die antichristliche Kulturpolitik der Ampelkoalition, Finger weg von der Inschrift auf dem Berliner Stadtschloss.